Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Ja, wir müssen uns auf dem Weg zur Ritualkammer machen. Wir haben 9 von 10 Lager, also wir sind wohl fast fertig wirklich mit dem Spiel. Okay, ganz normal durchgehen anscheinend. Oh Mann, ich erhoffe... Ich bin ges... Ach, du Scheiße. Ich bin gespannt, was uns hier noch alles erwarten wird. Retten Sie Sam. Okay, ich denke mal hier... Ich nehme die Seite, melde Ziele. Kommt schon, ihr Schweine. Achtung, rechte Seite. Schieß weiter. Halt sie zurück. Okay, ich bin gespannt, wie es jetzt hier... Ah, jetzt geht die Brücke wieder kaputt. Immer die alte Wunde noch. Heilige Scheiße. Nein, 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 nein. Nein. Geh kacken, Junge. Okay, war es das? Oh! Okay, okay. Da wollte ich mir merken. Da drüben haben wir auch noch was an Munition. Oh, was ist das? Sind die krank oder so? Oh! Nein! Jetzt falle ich runter. Nein! Abgrund! Was für eine Scheiße! Was ist das? Boah! Das war's für heute. Junge, 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 Junge. Was geht das hier ab, Leute? Was geht das hier ab? Keine Explosionspfeile. Eine Scheiße, echt. Komm her, zeig dich, du Penner. Mal alles nachladen hier. Okay, wie geht's weiter? Ich setze mal hier hoch. Ich setze mal hier hoch. Jawoll. Ich setze mal hier hoch. Ich setze mal wieder ein paar Bomben hier. Geh kacken, Alter. Ja, da haben wir alles. Ich denke schon. Hier nochmal runter. Okay, davon können wir nichts mehr mitnehmen. Mal, komm. Ich glaube, da habe ich gut reagiert. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Das war's für heute. Leute, so langsam ist das wirklich nicht mehr lustig, ja? Jawoll, nur so klappt es, schumme, 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 ey, erstmal alles nachladen, würde ich sagen, oh, was ist jetzt los? Ah, okay, scheint nichts, wir gehen hier nochmal grob durch alles durchsuchen, Leute, Munition brauchen wir ohne Ende, da hinten ist noch Maschinengewehr-Munition, Schub-Munition haben wir auf jeden Fall genug, hätte man die tragen können, nein, okay, Maschinengewehr-Munition haben wir, okay, alles voll, alles sieht gut aus, machen wir uns mal den Weg frei, falscher Knopf, alles klar, weiter geht's, irgendwie gerade ein bisschen, oh, ich wusste es, nein, Graf Dracula, oh, hab ich ein Glück, boah, Leute, Tja, hier können wir uns auf jeden Fall nochmal ausstatten, also knüppeldick, Leute, wirklich knüppeldick, das Spiel hier, okay, wir sind voll, hier haben wir noch ein Buch, diese chinesische Töpferware ist jahrtausende alt, könnten Sie die Insel vor dem Aufstieg von Yamatai besucht haben? Hm. Okay, so gibt's nichts, da auch nicht, mal unten drunter gucken. Okay, anscheinend nichts mehr, was es noch geben sollte, schließen, schließen, ja, wenn wir wirklich so schnell mit dem Spiel durch sein sollten, würde ich auf jeden Fall noch die ganzen Nebenquests machen, also das steht fest, das Spiel ist einfach zu geil, das muss man einfach sagen, jetzt irgendwas zu erzählen, nein, wir haben aber noch einen Fähigkeitspunkt, den wir noch verteilen können, das klettert nochmal eine Rentierung, da sind wir fertig, Gewehrexperte, ich würde sagen, wir nehmen hier noch Gewehrexperte, geben Sie Betäubung dem Gewehrexperte, jawohl, gemeistert, okay, dann hätten wir noch 323 Ausrüstung, Magazinschacht, äh, da sind wir komplett fertig, Trommelmagazin hatten wir das hier schon, ach ne, das ist noch ein größeres Magazin, okay, hier können wir uns auf jeden Fall nichts mehr erlauben, da sind wir fertig, Pistole, das könnten wir uns noch erlauben, was bringt das, ein Griff, ein Griff, ein Griff mit Gummi, verringert den Rückstoß, ich würde sagen, wir warten noch ein bisschen, vielleicht gibt es hier noch mehr Sachen später, ja, ich sage, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Tomb Raider, mein Name ist Klabu, ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen, bis zur nächsten Folge, ciao, ciao.